Happy Birthday, Dodenhof! Hallo, mein Name ist Franzi Knuppe und ich bin gerade auf dem Fotoshooting für das 110. Jubiläum von Dodenhof. Und ich habe hier ein ganz tolles Glas mit ganz vielen Fragen und die werde ich jetzt mal beantworten. Fangen wir gleich mal mit der ersten an. Was verbindet dich mit Dodenhof? Eindeutig, denn ich habe vor anderthalb Jahren mein allererstes Shooting für Dodenhof gemacht. Verbunden mit einem ganz tollen Event in Posthausen. Das war nämlich eine ganz tolle VIP Fashion Night, wo ich mit wunderbaren Kollegen und einer tollen Moderatorin, und zwar Frauke Ludewig, auftreten durfte. Und ja, seitdem bin ich mit Dodenhof, kann ich sagen, eng verbunden.